Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu ARK LIVE. Wir sind mit unserem neuen Ruby wieder unserem Hafen angekommen und sie freut sich wie Bolle da so uns zu, dass sie jetzt zu uns gehört. Oh, ich liebe sie jetzt schon. Ein wirklich tolles Tier haben wir da am Start. Level 195 hat sie bekommen. Sehr schön, sehr sehr schön. Der ist ja total flott. Ja, kann man machen. So, was werden wir heute tun? Äh, also, ich werde am Lager weiterbauen. Ja, wir werden uns leider nicht mit Fluffo und Wielanderer treffen. Die hatten dann jetzt keine Zeit mehr. Das ist aber auch nicht schlimm. Wir werden diese garantiert wieder treffen. Die sind ja auch hier zu Hause. Ein Leben in ARK LIVE. Und, ja, Heide und ich werden uns heute ein bisschen trennen. Werde ich verkaufen. Ja, 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 ja. Ähm. Wir haben einen kleinen Plan gesniedet. Ja. Wir standen vor der Wahl. Entweder wir bauen unseren Transporter komplett um. Oder wir machen etwas viel Cleveres. Ich werde jetzt mit dem großen Boot... Werde ich zusammen mit dem... Äh, 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 äh. Mit dem zweiten... Wir haben einen zweiten Ankylo. Äh, werde ich... Übrigens... Werde ich zur, äh, hier mit, mit, mit Ellen... Werde ich zur Totenkopfinsel reisen. Um sie dort zu verspalten, äh, und werde dort eine kleine, ja, sagen wir mal, einen Außenposten erstellen. Klingt gut. So ein bisschen primitiv, bisschen provisorisch. Provisorisch jedenfalls wird, äh, ja, wir, wir werden unsere neue Ellen, wir werden sie direkt verstoßen. Denn sie muss dann alleine auf der Totenkopfinsel zurückbleiben. Wir werden sie nicht tauschen. Wir werden... Das ist schon assi, ne? Äh. Schon so ein bisschen, ja. Wir werden sie, äh, wir werden sie dort, ähm, dort lassen... Ihm und den Ehren halten. Und werden dann von Zeit zu Zeit, werden wir sie besuchen, um sie auszulachen, äh, um mit ihr zu farmen. Und, ähm, werden sie, werden dann nur die Rohstoffe zurückbringen, damit wir nicht immer wieder mit diesem, diesem riesen Kahn dort umständlich, äh, hinfahren müssen und anlegen müssen. Und, äh, das ist alles ein bisschen, ja, ja, ein bisschen frickelig, obwohl ich ein super Boot gebaut habe. Würde ich jetzt auch sagen. Und dann werden wir uns, ähm, dann jetzt demnächst um ein paar Antalwürfe kümmern, mit denen wir dann die dort geernteten und bereits eingeschmolzenen Rohstoffe abholen zu können. So, die Idee. So, und um das Ganze zu verwirklichen, muss ich da jetzt ein paar Holzstrukturen so am Mitnebenton sein. Und, ähm, die sind in... Doris, wenn ich mich nicht, wenn ich mich recht erinnere. So, Doris, was, was ist denn übrig geblieben? Ich brauche vor allem Foundations. Bitte sag mir, dass da noch welche übrig sind. Nicht eine. Da waren doch 30 Holzfoundations drin. Bin ich jetzt wieder nur zu blind und zu blöd? So, einmal drangehauen. 130 Steine hinzugefügt. Wo sind denn die ganzen... ...die ganzen Holzfundamente? Ich hab keine. Oh, muss ich die jetzt wirklich craften? Na gut, hilft nix. Also, Holz rein, Holz rein, Stroh rein, Stroh rein, Stroh rein, Fasern, Fasern und, äh, here we go. Naja, ein klein bisschen Holz haben wir ja noch auf Lager. Ha! Premiere! Das erste Mal suche ich mir jetzt das Lager auf, um etwas daraus zu entnehmen. Äh, entnehmen. Echt jetzt? Ja. Ne, das mach ich ja auch da. Ja, so lange haben wir ja das Lager ja noch nicht. Nein, ich will dem Schrank keinen Namen geben. Nein, 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 ich will dem Schrank keinen Namen geben. So. Jetzt, jetzt, hallo. Ja, wir haben... Ein bisschen Holz haben wir halt schon. Mit Chuck den Biber war das kein Problem. So, was willst du denn genau bauen am Lager jetzt noch? Willst du das noch vergrößern? Ne, ne, also die Wände fertig sind sie ja schon. Ähm, die Regale fertig bauen noch und ein Dach. So, was ich jetzt brauche noch... Ja, viel brauche ich da ja eigentlich nicht, ne? Ein paar Foundations, die habe ich jetzt. Hm. Und... Ja, und sonst brauche ich eigentlich nur ein paar Wände, ne? Wir werden dann nach und nach... Werden wir dann... Also da haben wir vor, die, diese, die, die Batman-Höhle, die Betthöhle, äh, komplett auszubauen. Wir wollen das, das Lava-Becken, wollen wir, äh... Wollen wir überbauen. Über, 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 über Dachen, über, überdecken. Und dann eine Struktur nach oben bauen, die uns dann auf die anderen Etagen bringt. Das Ganze möglich ist so, dass da auch ein dicker, ein dicker Ankyl noch mit hochkommt. Ha. Holzwände, waren da auch keine Holzwände mehr? Aber ihr habt da von allen Strukturen 30 gebaut. Jetzt willst du mir sagen, dass das auch keine Holzwände mehr da sind. Das... Ja, schon. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Was kann ich hier noch mitnehmen? Toll, eine Holztür. 2.000 Jahre später. So, liebe Freunde, wir nähern uns der Batman-Kopfinsel. Ich hab, äh... Die sieben Sachen jetzt zusammengepackt und jetzt sind wir auch schon fast da. Ähm... Ich bin mal gespannt. Das wird jetzt ein bisschen abenteuerlich. Und, äh... Ja, da gehen wir jetzt schon eigentlich sehr frühzeitig den ersten ausgebauten Außenposten an. Und im Grunde sind das eigentlich ziemlich große Töne, wenn ihr bedenkt, dass wir im Grunde zu Hause mit unserer eigentlichen Base noch keine drei Latten zusammengenagelt haben. Da. Ja, ja. Jetzt gerade mal ein bisschen mit dem Lager angefangen. Wobei, das ist jetzt schon fast fertig. Müssen halt noch sehr viele Kisten rein. Ja, ich hab grad eher das Problem, dass ich von außen irgendwie darauf zugreifen kann. Äh, von... Du willst von außen auf die, äh, Kisten zugreifen? Nein. Nee, wie meinst du das? Ich will einfach jetzt aufs Dach kommen. Also zum Dach bauen. Das ist mega doof. Ja, fliegen halt. Nee, das funktioniert nicht. Vielleicht kannst du's von, ähm... von dem Traik aus machen. Der ist ja relativ groß. Aber der ist keine vier Stockwerke hoch. Nee. Ich brauche mir da jetzt irgendwie so ein zusammengeschustertes Ding. Irgendwas wird da schon... Platzier da doch einfach so eine Wendeltreppe in die Mitte rein. Kannst du später wieder abreißen. Ich hab jetzt Leitern. Ja, kann ich auch abreißen. Ich mach das schon. Irgendwie. Sieht ja ganz lustig aus, was ich grad so veranstalte, aber... Tja. So, und wir gehen jetzt hier vor Anker. Wir werden auch nichtsdestotrotz hier eine kleine Anlegestelle machen. Damit wir in Zukunft hier noch auch noch die Tür rauskommen. Gut, das ist jetzt noch ein bisschen... ein bisschen weit weg. Ein Stückchen ran muss ich schon noch. So, das ist halt sehr, sehr schlecht aufzuschätzen. So. Und die Bauteile. Da nehme ich jetzt mal die Fundationen. Und ein paar von den Dächern mit. Ich bin grad abgestürzt. Wie machen wir das? Ich würde sagen, fangen wir mit einer Anlegestelle an. Aber hier musst du ja generell überhaupt erstmal was passiert bekommen. So, das ist das Tiefste ist... Hier. Und das dürfte... Ja, für oben geht's. So, dann gucken wir, dass wir das mal direkt... ...drei breit machen. Hm. Und dann ziehen wir es so weit nach außen, wie es geht. Ich hasse das Dach jetzt schon. Ja, so kann man arbeiten. Okay, und dann... ...mit dem Rest. Warum wir jetzt eh eine kleine Hütte? Das dürfte ja eigentlich reichen, wenn die 3x3 ist, aber ich hab... Aber ich war... Geht das nicht. Hast du schon mal Roof gebaut? Wie, wie? Ein Dach. Äh... Weiß ich schräge Dächer? Ja. Ich kann dir nur so viel sagen, als dass das Bausystem... Mega behindert ist? ...ausgereift sein könnte. Ich versteh nicht, wie ich da jetzt hier ein Dach rankriege. Ich hab sogar mir extra so eine Schräge rangebaut, damit das jetzt klappt und alles mögliche und... Ich versteh das nicht. Es ist nicht der Weisheit letzter Schuss. Ja, aber ich... Wie kann ich das Ding überhaupt drehen? Das weiß ich auch nicht. Ich... Ich... Ich mach dann halt immer so lang rum, bis es am richtigen Einrastpunkt einrastet. Also gut, da muss ein... Da muss der Ankylo rein. Ich flipp hier gleich aus. Und eine Rampe, die wir noch mitnehmen sollen. Weißt du, ich hab mir jetzt gefühlt, wahrscheinlich 40 Milliarden Bauvideos angeguckt. Und bei denen geht das alles immer so einfach. Ja! Könnt die Leute dafür hassen. Hm. Und ich habe mir für das platzieren der Foundations hier die schlechteste Stelle der Insel rausgesucht. Ich konnte jetzt gerade mal... Ja, das wäre ein Haus von einer Einerbreite. Es läuft. Ja, geil. Gut, dann machen wir den Rest mit den Dächern. Du willst keine Dächer haben. Glaub mir. Das will man nicht. Ich verstehe das nicht. So. Ach nee, ich hab den Dinosaurier-Torbogen in der Kiste gelassen. Das war's. Was ich hier baue, ist nicht schön. Stimmt. Das ist insofern schon mal ein Faktum. so. So. Dann nehmen wir uns die Dächer mal an den Mann. dann kriegen wir es vielleicht noch mit den Dächern auf einer halbwegs die richtige Breite. So. Dann haben wir jetzt am Ende des Tages doch noch eine dreimal vier Grundfläche hingedübelt. Und jetzt brauchen wir erstmal den Wendor und den Dino-Torbogen. So. Wir beginnen mit einer Wand. und machen weiter. Und noch eine Wand. Mit dem Dino-Torbogen. Und jetzt können wir die Rest in den Wänden ziehen. Warum kann ich das Ding nicht wenden? Von denen ich jetzt bei Weitem nicht genug dabei habe. Und hier kann ich keine Wand setzen. Spiel Flecken. Kann ich das Ding dann nicht setzen? Oder was ist das Problem? Ich verstehe das noch nicht so ganz. Ich habe jetzt echt nicht genug Wende dabei. Aber gut. Immerhin. So. Jetzt muss nur noch der Ankylo hier nicht reinkommen können. Dann wäre der Tag perfekt. Gerade so kann er sich hier reinschlucken. Aber da muss jetzt natürlich noch eine zweite Wand Reihe drucken. Warum kann das überall sich ran klipsen, aber nur nicht da oben? Ich brauche da jetzt noch eine Wand hin. Das probiere ich jetzt noch. ist gerade nicht böse. Nein. Nein, ist sie nicht. Definitiv nicht glücklich mit dem, was sie da gerade tut. Weil ich es nicht verstehe. probiere nicht, warum das nicht will, so wie ich will. es wäre schön gewesen, wenn man das Auto-Clipping ausschalten könnte, oder ja, wenn es ein bisschen ein bisschen funktionaler wäre. Mir geht es ja gar nicht ums Ausschalten, denn es soll doch nur einfach klappen. Ja, also wenn man da wenigstens ein paar Auswahlmöglichkeiten hätte, wenn es an einer Stelle anklippt, dass man dann mit einem Tastendruck die weiteren Möglichkeiten derselben Position erwählen könnte. Ich habe ein erstes Dach platziert. Oh, ich fange gleich das Bein an von Freude. Ey, meine Fresse, das war ja kompliziert. Kann ich das jetzt einfach so dranklipsen? Ja, ja, ich darf. Wunde gibt es immer wieder heute. Ja, so fühle ich mich tatsächlich erheblich. und im Grunde habe ich bis jetzt nur zwei so Strohdinger gebaut. Mehr noch nie. auf den jetzt eigentlich gehen. Hast du effektiv einen rausgehauen in der Folge? Ja, ich habe herausgefunden, wie ich Strohdächer baue anscheinend. Es war sehr ineffektiv, aber es sind Strohdächer, okay? Grundsätzlich ohne jetzt Klugscheiß hinzu wollen. Genau wie alle anderen Dächer eigentlich auch. Ja, ich habe aber bis jetzt noch kein Dach gebaut. Das ist der Punkt. That's the matter of fact. So, kann ich mit dem Gedönse jetzt hier vor noch ein paar Wände bauen oder muss ich jetzt erst heim? Dann musst du erst heim. Ich kann noch drei weitere Wände bauen, dann muss ich heim. Diese drei weiteren Wände reichen genau absolut nicht. Das soll man so. Naja, ich wollte ja eigentlich nur eine zweimal zwei Hüte bauen. Jetzt fange ich schon wieder an hier so einen Kasten hinzustellen. Bin ich dann im Grunde selber schuld. So. So, wie komme ich da jetzt hin? die Wände Alvando Also, jetzt wollen wir mal durchzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hab ich erzählt. eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Oh, dieser Dino. Geh weg hier. Ich raste aus. Sein scheiß Schwanz wedeln. Zwölf sagte ich. Zwölf mal zwei zwölf mal zwei minus eins, zwei, drei, vier, fünf. Zwölf mal zwei minus fünf sind 19. Verdammt. Ich brauche noch 19 Wände und zwei Rampen. Hast du schon 300 Kilo Tragkraft und da kannst du nicht mal ein ganzes Gebäude mit dir rumschleppen. Also ich trage hier gefühlt ein ganzes Gebäude mit mir rum. Wahrscheinlich nicht nur gefühlt. Und ich glaube, ich habe jetzt mal einen Plan. Glaube ich zumindest. Ich werde wahrscheinlich jetzt wieder total frustriert sein. In zwei Minuten, wenn ich oben angekommen bin und merke, dass mein Plan nicht funktioniert. Aber, ich glaube, ich habe einen Plan. Und der wird. Ich habe mir da jetzt ein paar Ceilings noch gebaut, um da einfach außenrum zu rennen. Einen Balkon. Einen Balkon ums Dach, ja genau. Und werde es jetzt einfach so weiterhin probieren. Okay. Klingt total nach einem Plan, oder? Klingt nach einem Plan. Solange man noch Pläne schmiedet, ist ja Hopfen und Malz nicht verloren. Dann hat man noch nicht aufgegeben. Nee, aufgeben niemals. Niemals aufgeben, niemals kapitulieren. Ich bin jetzt übrigens mittlerweile auch wieder an der Baustelle angekommen. Habe die benötigten Wände und Rampen am Start. So. Warum dreht er das jetzt so komisch? Ich werde übrigens jetzt gleich vor dem, wahrscheinlich vor demselben Problem stehen wie du. Ich will diesen Schrank nicht umbenennen. Ich will da hochklettern. Vielen Dank. Ich kriege die dritte Reihe obendrauf. Und nein, es gibt keinen Grund, warum ich dieses Gebäude drei Wände umbauen. Weil diese drei Wände werden mit dem Torbogen oben nicht abschließen. Sprich, da hätte ich sie auch bei zwei lassen können. Und irgendwo habe ich mich doch verzählt. Jetzt mir jetzt aber auch scheißig an. So. Ähm. Klingt total nach einem Plan. Wenn mir jetzt die Götter ein klein bisschen treu sind, reichen die Dächel, die ich noch übrig habe. Wie kann ich denn das Ding jetzt drehen? Sarah, das hast du mich jetzt glaube ich schon zwölfmal gefragt. Ich weiß es nicht, ob es überhaupt geht. Sollte dich noch zwanzigmal fragen. Du wirst nie eine Antwort kriegen. Ich kann es ja wenigstens sagen. Ich kriege es ja auch nicht. Also, ich weiß nicht, ob das überhaupt geht. Wäre zwar das erste Spiel, in dem man Gebäude craften kann. Kann die Teile nicht drehen. Aber das muss ich für alles erstmal geben. Aber das sieht doch so total bescheuert aus. Ich habe voll die Idee. Oh. Das hat funktioniert. Oh Gott, hast du gerade gepiept. Ich habe gerade gepiept. Du hast das richtig gehört. Obwohl ich Kopföhre anhabe, ist meine Katze gerade verschreckt zusammengezockt. Ich baue mir eine weitere Stone Ceiling. Äh, äh, äh. Nicht Stone. Fetch Ceiling. Um hier mal ein tolles, grandioses Bauvorhaben fortzuführen. Ich bin an der Stelle fertig geworden mit meinen Hütchen. Es ist ein wunderschöner, deformierter Kasten geworden. Nice. Das Boot lässt jetzt hier stehen. Vorerst mal. Da fliegen wir jetzt mal geschwind zurück zu der jungen Frau da hinten. Ich bin unzufrieden. Um zu sehen, was ihre Unzufriedenheit verursacht. Ich bin total unzufrieden gerade. Es will nicht so, wie ich will. Das finde ich nicht gut. Vielleicht kann ich dir da mal einen Ratgeber kaufen. Lerne dich und deine Umwelt zu akzeptieren. Du kannst mir ja gerne helfen, hier eine dieser tollen Wände zu platzieren. Mit der ich dir nicht erklären kann. Sie hat das gemacht, was ich weiter... Also du baust dieses Haus... Du baust dieses Haus aus Stein, Holz und Stroh. Genau. Ich kann hier aber auch nirgends landen, ne? Jetzt bin ich gelandet. Wobei soll ich dir denn helfen? Nix, ich hab's jetzt schon hängen gekriegt. Siehst du, selbst ist die Frau. Natürlich. Ja, liebe Freunde. Es war eine aufgeteilte Baufolge. Jeder musste so mit seinen eigenen Tücken zurechtkommen. Heidi wird's dann vermutlich auch noch schaffen, das Lagerdach so hinzukriegen, wie sie das will. Mittlerweile fast zufrieden. Fast zufrieden. Das ist ein Anfang. Weiter kommen wir heute noch nicht. Wie das Ganze dann im Endprodukt aussieht, werdet ihr sehen, wenn ihr dabei bleibt. Wenn ihr uns treu bleibt und uns euch auch die nächste Folge anschaut. Wenn der Kasten dann wahrscheinlich fertig ist. Also, bis dahin. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020